Salam Aleikum meine Freunde, ich werde jetzt gleich um 22 Uhr auf Twitch streamen und da habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mir zuschaut, einen Closed Beta Key zu bekommen von Valorant, ja, beziehungsweise für das Game Valorant. Und zwar jeder von euch hat da die Möglichkeit, also auch mehrere, ja, das alles was ihr dafür braucht ist den Twitch Account, euren Riot Games Account mit Twitch zu verbinden und dann einfach mir beim Zocken zusehen und dann habt ihr die Möglichkeit, dass ein Key für euch droppt und dann könnt ihr auch in der Closed Beta teilnehmen und da zocken. Wenn ihr Bock habt, ne, ist ein Ego-Shooter, ähm, ist jetzt ganz neu rausgekommen von Riot Games, das ist wie gesagt noch die Closed Beta, ähm, und das Ganze schaut so aus, dass, äh, es ist an CSGO angelehnt und zwar mit Comic-Grafik und, äh, ihr habt so, es ist so eine Mischung aus CSGO und Overwatch, ja. Schaut einfach vorbei, wenn ihr Bock habt, ja, wenn ihr Bock habt, ein Key zu gewinnen, kommt vorbei und, äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Stream. Haut rein, ciao.